Wenn ich voll korrekt stehe, ich zog 2249 nach Kassel-Laufbahnhof, nicht nach Königin, weil wir haben ja schon den Januar 2020. Für die, die es nicht so wirklich ist, ist hier. So, inzwischen ist es Sonntag. Nach 1.15 Uhr am 12. Dezember. Jetzt warten wir ab, dass der Kandus nach Weber zur Ruhe fährt. Und dann kommt das Video natürlich mit dazu. Und seid bitte so nett und liked, oder klickt auf Gefällt mir, der hessende Gruppe auf Facebook. Und, ne, ich freue mich nicht ansehen. Es war gerade eine ECI, aber egal. Habt ihr an die folgenden Kanal. Das heißt, ihr Tuch oder Wittli. Nicht Dailymotion. Dailymotion ist out. Da da. Seidenführer Abfahrt. Bereit. Da ist noch nichts zu hören. Wer zu sehen. Dann kann man das sehen. Alles rot. 1.18 Uhr. 1.18 Uhr. 1.18 Uhr. Es ist grün. Ich sag mal schnell hier nochmal. Nicht einsteigen steht zwar dran, aber egal wie. Was sein tut es trotzdem hier. So, Freunde. Klickt auf Gefällt mir, wie gesagt. Bis demnächst. Spaß. Spaß machen. Waldhessen. Auf. 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 oder was würde nix mehr kommen